UNTERTITELUNG Ich meine, alle denken, dass türkische Männer keine Ahnung von Babys haben. Ich meine, das ist doch scheiße, ey. Wenn eine Ahnung hat, dann wir. Was ist denn das für ein Baby? Hat Anna sich ansehen lassen, hier nehm du mal. Bist du Hungi? Oder Dursti? Jetzt weiß ich, warum sie nicht einschnebt. Sie vermisst ihre Mutter. Anna hat aber nicht so riesenbäbische Mann. Vielleicht Sohne? Oder Sohne? Zwangsräumung, ja. Welche Kohle bis morgen Abend nicht haben und sitzen wir auf der Straße? Führe da ein Babywann? Oder ist das ihr Bruder? Hallo? Ich komm von Frankfurt Dream Boys. Irgendwas für ne krasse Scheiße willst du verdrinken? Bring mir ein Bier, Schlampe. Anna, ich... Du hast überhaupt nichts dazu gelernt, oder? Na, du fette Stück Scheiße? Du bist ja englisch, dass da Kaffee und Alkohol drin ist. Und da ist ein bisschen Alkohol, den hat noch niemand geschaden. Komm Bruder, gib hier. Wie macht der Schwarz? Und jetzt lass mir deinen Gefieder da anständig vor mir da unten, komm! Ich fick dich Krankenhaus, du Hohensohn. Komm schon! Bei 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 phi! Seine ganze 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 Zeit zum Beispiel! Vielen Dank.